Viele Unternehmer, Systemhäuser zum Beispiel, haben zwei, drei große Kunden, manchmal nur einen großen Kunden, wie zum Beispiel einen Automotive-Hersteller wie BMW, Mercedes oder Audi und leben davon super, haben sozusagen ein organisches Wachstum mit diesem einen Kunden. Irgendwann, und zurzeit ist gerade so eine Phase, wo es der Automotive-Industrie gerade nicht so gut geht, stellen die sich dann eine Frage und sagen sich, was, wenn dieser eine große Kunde plötzlich einknickt, von heute auf morgen plötzlich seine Budgets runterfährt, wenn es dem plötzlich nicht mehr so gut geht wie in den letzten 30, 40 Jahren, dann muss ich mich anpassen, dann brauche ich ein New Business, dann brauche ich neue Kunden und vielleicht brauche ich dann unterschiedliche neue Kunden, ein paar kleinere Kunden, ein paar mittelgroße Kunden, ein paar größere Kunden, Kunden unterschiedlicher Branchen, dass ich, sagen wir mal, auch eine breitere Referenzliste aufgebaut habe. Okay, so, jetzt lasse ich mal die folgende Frage stellen. Welches ist deiner Meinung nach der wichtigste Skill in deinem Sales-Team, in deiner Organisation von diesen drei? Die meisten, die allermeisten Unternehmer würden mir antworten, die Closer, diejenigen, die die Kohle reinbringen, richtig? Die die Abschlüsse machen, Abschlüsse, Abschlüsse, Abschlüsse. Das sind die wichtigsten. Ich stehe hier heute und sage dir hier frei in die Kamera, die mit Abstand, die mit Abstand wichtigsten Fähigkeiten, die mit Abstand wichtigsten Leute, sind die Leute mit den Fähigkeiten in deinem Unternehmen, die die Fähigkeiten des Finders haben. New Business Generation, New Markets. Darauf basiert das Wachstum, das echte Wachstum deines Unternehmens. Viele, viele Unternehmer sind einfach aus, daraus entstanden Unternehmen, dass sie sagen, hey, ich war mal angestellt und nehme jetzt in meinem Angestelltenverhältnis einfach hier eine bestimmte Firma heraus, damit man eigentlich nicht selbstständig und dann läuft das erstmal eine Zeit lang. Viele Unternehmer, Systemhäuser zum Beispiel, haben zwei, drei große Kunden, manchmal nur einen großen Kunden, wie zum Beispiel ein Automotive-Hersteller, wie BMW, Mercedes oder Audi und leben davon super, haben sozusagen ein organisches Wachstum mit diesem einen Kunden. Und irgendwann, und zur Zeit ist es gerade so eine Phase, wo es der Automotive-Industrie gerade nicht so gut geht, stellen die sich dann eine Frage und sagen sich, was, wenn dieser eine große Kunde plötzlich einknickt, von heute auf morgen plötzlich seine Budgets runterfährt, wenn es dem plötzlich nicht mehr so gut geht wie in den letzten 30, 40 Jahren. Dann muss ich mich anpassen. Dann brauche ich ein New Business, dann brauche ich neue Kunden und vielleicht brauche ich dann unterschiedliche neue Kunden. Ein paar kleinere Kunden, ein paar mittelgroße Kunden, ein paar größere Kunden, Kunden unterschiedlicher Branchen. Dass ich, sagen wir mal, auch eine breitere Referenzliste aufgebaut habe. Dass ich einfach nicht nur in einer Branche, in Deutschland ist es leider immer so, oder wenn du irgendwo in einer Branche festgefahren bist, dann gibt dir teilweise niemand anderes eine Chance, weil die sagen, du bist jetzt seit 20 Jahren in der Automotive-Branche. Was willst du denn plötzlich hier mit mir als Kunde? Ich komme doch aus der Chemie-Branche. Obwohl die IT, die ich dort vielleicht anbiete, meine Dienstleistungen, zu 80, 90% identisch ist. Und deswegen ist es sehr wichtig, immer breit gestreutes Kundensegment, Bestandskundensegment aufzubauen. Und das machst du mit den Finder. Das machst du ganz deutlich mit den Finder. Und das ist kein Kloser der Welt, setzt sich hin und sagt, hey, ich bin hier der Regional Sales Manager, also der regionale Sales Manager. Ich bin mein Gehalt, ich habe mein Auto, mein Hund, meine Katze, meine Frau, mein Haus. Das muss ich abbezahlen. Ich bin hier mein Fixgehalt von 80.000. Und jetzt will ich gefälligst hier eine Bestandskundenliste oder zumindest irgendwie eine Lead-Liste. Wenn es auch keine Bestandskundenliste ist, ist es dann vielleicht eher der Typ hier. Eine Lead-Liste will ich zumindest. Ich will hier eine Liste von 300, 400, 500 Firmen. Und die telefoniere ich an. Die kennen uns schon, wir kennen die schon. Und dann mache ich hier meinen Close. Dann hole ich mir aus diesen 300 Firmen vielleicht 30 Neugeschäfte raus. Ja, innerhalb eines Jahres. Aber in vielen Fällen besteht diese Liste nicht. Es gibt diese Liste einfach nicht. Ja, es gibt nicht mal die Kenntnis der Firmen, die da draußen sind, die potenziell Neukunden sein könnten. Eines bestimmten Marktes, einer bestimmten Branche, einer bestimmten Nische, eines bestimmten Landes. Westschweiz, Landes, auch innerhalb Deutschlands. Ja, Baden-Württemberg, Bayern. Mal eingehen haben, du hast lauter Kunden überall in Bayern. Jetzt möchtest du aber auch Kunden aus Hessen, aus Baden-Württemberg, weil du dich einfach breiter aufstellen möchtest. Das ist eben hier Finder-Skills. Finde die Finder. Find the Finders. Und dann schütte da, wenn du die Richtigen gefunden hast, schütte da Marketing-Bitgl rein. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Und du brauchst hier, du brauchst hier ein bis zwei Jahre, ja, bis du dann hier, das sozusagen, das Compounding of Effort, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff in Deutsch. Compounding Effort. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie man dazu in Deutsch sagt. Sorry. Das heißt, du baust hier Pipelines auf, unterschiedliche Pipelines, in diesen unterschiedlichen neuen Märkten, in denen du rein willst. Und über einen gewissen Zeitpunkt hinweg, kriegst du hier immer mehr neue Leads rein, sodass du hier dann diese Listen, von denen ich gerade gesprochen habe, aufbaust. Sodass der Closer, die sind natürlich auch genauso wichtig, ja, nur der Closer allein, der bringt es nicht. Das ist der Punkt, dass der Closer dann diese Listen abarbeiten können, diese Kunden, diese Angebote, diese Interessenten, etc., etc. Und hier eben den Developer neue Bestandskunden zuspielen, die dann der Developer pflegen kann, weiter ausbauen kann, etc., etc. Was es nochmal mit dem Developer auf sich hat, dazu hier ein extra Video, das findest du hier oben links, schalte das auch noch an. Und hier abonniere meinen Kanal, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast. Es kommen weitere wirklich, wirklich wertvolle Tipps und gute, gute Videos zum Thema Sales und Marketing. Bis gleich, wir sehen uns sofort. Tschüss.